Ja Nico, kurz nach der Pressekonferenz auf jeden Fall. Kein Rahmen, um jetzt noch irgendwie über Fighting Spirit zu quatschen oder so. Lass uns einfach mal kurz teilhaben. Wie fühlst du dich und ja, wie hast du die Pressekonferenz erlebt? Ich habe dir eben schon gesagt, außerhalb von der Aufnahme, ich habe dich ein bisschen out of character wahrgenommen, von wegen, we will see who will beat who. Wie hast du das erlebt? Also ich bin erstmal für Sicherheit eine riesige Pressekonferenz. Geile Stimmung, viele Leute, ich freue mich extrem auf morgen. Die Pressekonferenz war auch nice. Aber wie du schon gesagt hast, out of character würde ich das überhaupt nicht nennen. Aber mein Gegner hat kein Gericht gemacht, hat angefangen irgendwie ein bisschen Chips zu labern. Dann habe ich halt gesagt so, ey, du sagst du schlägst mich kaputt, dann sehen wir mal, wer den anderen Morgen kaputt schlägt. Und hey, so genau mit dem Mindset gehe ich auch in den Kampf rein. Auf jeden Fall One Love, das ist das, was ich repräsente. Respekt, Disziplin, aber beidseitiger Respekt, ganz wichtig. War das deine erste Pressekonferenz mit der Größe? War die zweite Pressekonferenz. Letztes Jahr in Ostrava habe ich auch so eine in der Größe gemacht. Okay, dann lass uns vielleicht in letzter Emotionen irgendwie einblicken, was so generell natürlich die Antizipation vom Stadion und vom Fight angeht. Ich meine 60.000 Leute, darauf kannst du dich nicht vorbereiten. Das hat noch niemand erlebt in Deutschland. Glaubst du es wird in irgendeiner Form anders für dich sein, im Cage zu stehen? Oder sagst du, ab dann ist eh Tunnelblick und ey, Neues bleibt Neues? Ehrlich gesagt, ich bin hyped. Also wenn ich im Cage gehe, dann ist sowieso Kampfmodus angesagt, aber diese ganze Energie, dieses ganze Drumherum, das nehme ich einfach mit rein, positiv und freue mich extrem. Und darum geht es, Spaß zu haben, Freude zu haben. Sehr geil, vielen Dank. Lass es dir schmecken und viel Erfolg morgen. Sollte klar sein. Let's go. Ciao.